Was ist der NLP-Trainer? Wir bieten alle drei Ausbildungsstufen an. Das ist der Practitioner, das ist der Einstieg in die Welt des NLP. Dann gibt es den NLP-Master. Da geht es um fortgeschrittene NLP-Techniken. Es wird systemischer. Wir tauchen ein in die Grundidee des NLP, nämlich das Modellieren von Spitzenleistungen, das Modellieren von Brillanzen. Und die dritte Ausbildungsstufe ist der NLP-Trainer. Das befähigt die Teilnehmer darin, NLP weiterzugeben, um NLP zu lehren. Als wir angefangen haben vor 30 Jahren, waren es zwei Institute. Inzwischen gibt es ganz viele Institute. Und die, die sich im Deutschen Dachverband für NLP zusammengeschlossen haben, die lehren alle die gleichen Inhalte. Für uns ist wichtig, dass es lebendig ist, dass wir am Ende eines Tages mehr Energie haben, alle, die wir da sind, als am Anfang. Ich habe Lust auf Menschen, die sich berühren lassen wollen, die aber auch andere berühren. Und das ist auch das Geheimnis, dass es immer zweigleisig ist, dass man selbst an seinen eigenen Zielen arbeitet in unserer Ausbildung und dass man gleichzeitig wertschätzend andere Menschen darin begleiten kann, dass sie ihre eigenen Ziele erreichen. Das geht an, wie es ihnen ist, das ist nicht mehr, sondern auch nicht mehr. Und das ist eine neue I." Ich denke, wie es ihnen ist. Vielen Dank.